hallo und herzlich willkommen zu einem neuen fun video zu gta online mit dabei ist der ghost fahndl moin moin der jajan was versteht ist wieder weg hallo du bist weg nahmen ja gut auf jeden Fall ist er dabei er ist dabei der neue ist dabei so ihr wisst wahrscheinlich was wir machen wir fahren einfach mal hier runter würde ich sagen zusammen verbunden für die ewigkeit ja okay ja 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 mit den nächsten mal fixen danke auch junge schon wieder hier ja genau da ist noch ein zeit ja die gibt es leid im online-modus nicht nur im single player das können ist ein single player haben zu verpackt es ist nicht dran ja geil ich dran ja da wollte ich doch aber sehen ist dran ist dran ist dran ist dran aber ich habe jetzt die haken hoch die haken hoch alle haken hoch ok jetzt gibt es doch immer mal das nicht dran das ist ein problem doch der ist dran weil mich daran ist ja nicht dran okay jetzt und tschüss wir wollten ungefähr 14 oder 15 ich bin der schnellste ich kann rückwärts fahren ja ich bin befreit ja baby ja ich hab ja lust ganz ich habe ich habe ich mit dieser mit dieser dingens im leben der verpackt alter ja und hier sind ganz viele und ich komme nicht mehr weiter weil ich nicht zurückfahren kann na gut also taxi müssen wieder nach oben alles klar taxi wird sofort bestellen taxi kommt sofort weiter bleibe dann fahren mit diesem hoch ja ok machen taxi cool ist das aber bitte nicht ja sultan sultan classic ok wieder nach oben bitte eigentlich und dann hat was höhen angst wenn man die tiefe fallen wahrscheinlich ist das ist das ist nur gelogen aus der tiefe in die tiefe jetzt müssen wir nur karl mit mit hängeschloss haben noch mal machen es noch mal so waren wir machen wir machen es richtig ist anwarte mal herrte schon den hier dass ich mit dem luxe oder luxe oder fahren ist ja nicht schaffe kappa ich noch nicht ich habe ich habe der hab ich mal früher gemacht ich habe so früher sogar immer geschafft so war der aber als er schießt das dann ist er wird geblüht ayer aber er hat lediglich um die wir haben da man steht und was aber guck mal der also wenn ich das schaffe der nachgefahr nicht bei 10 euro er habe ich stelle mir das an dass du die kristin ja 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 nein ohr boah hehehe heftigst ja moin alter was das denn mach noch mal Alter ich hab gedacht ja okay das war kack ne aber das hier ist richtig krass hoch alter und auf einmal digga wie steil ja abnormal aber krank digga ich hab da war ich das hier okay warte jetzt müssen wir noch einmal von ganz da oben alter dann in diese schlucht rein digga und dann hochziehen aber machen wir das mit propeller maschinen dann noch okay er war besprochen hat und ein propeller ist sehr gut zu massakrieren und er fällt tief oi oi ooo ooo das war aber wieder anders knapp 1 he moin und das stand profi die garfa anders nice alter ja mann wei ja schon schon nice ne das kann nicht jeder in GTA Das kann nur einen Mega-Sopper-Zuch geben. Du kannst ja mir mal eine Ohrfeige geben mit dem Flügel, so BANCH! Ja, okay, warte, ich versuche mal. Das hat ja gerade fast, Digga, das hat ja gerade fast. Ja eben, das habe ich auch gesagt. Also gib mir den Flügel bitte, gib 5! Ja, okay, das. Ohohoho, ich falle, nein! Ich habe keinen Golden Mode, nein! Ohohoho, wie geil! Ach, du bist repp! Digga, das war richtig geil aus, dass meine erste Team irgendwann platscht, Alter, und weg! Ich habe gerade das Blut gesehen und da dachte ich, nein, ich falle rund und aaaah! Nonononono! So, wer hilft mir wieder hoch? Taxi! Ja, warte! Ja, Taxi landet jetzt! Look, Taxi! Ja, warte, hier oben steht Hubschrauber. Ja, genau, ich habe nur dich mit Hubschrauber. Nimm jetzt eine Probellenmaschine. Okay, warte, ja, ich muss ja eben kurz abstürzen, warte. Aufregt die episch! Ich habe wieder Gras, das fliegt. Ich hole dich ab, ich hole dich ab, ich hole dich ab! Wo stehst du denn nach da? Ey, lass den Baby-Hall! Ja, wir sollen wieder! Aua! Boah, der Stern! Hast du irgendwo hier landet? Ja, ich lande. Komm, Bruna. Ja, hier. Sehr gut. Äh, ich kann nicht mehr... Digga, mein Motor ist kaputt! Was ist denn da los? Och, stehen! Wir gehen! Geht hier unten, macht das Crash-Test dann... Scheiße, mein Zügel, Digga! Ich hab keine Zügel mehr! Okay, ich bin tot! Das war's noch Wetter, Digga! Genau! Oh, moin, ey! Oh, moin, ey! Oh, Flügel weg! Das bestimmt gerade geht eine geile Aufnahme, oder? Hm. Also jetzt Probellen-Maschine. Ja, okay, aber muss ich kurz gucken, ob ich die fliege... Öpple, also... Und unbedingt mit dem Probellen zuvor! Dass du nicht direkt reinfährst! Mit dem Scheiß-Ding, also? Mit dem direkt-Ding? Also kann einer mehr fliegen, aber ich weiß nicht, ob das... Ja, das ist einfach langsam, aber du musst jetzt nicht unbedingt so viel... ...ziehen. Einfach den Probellen in die Fresse halten. Ich bin auf diesen Sternen, jetzt nicht auf das Platz. Ja, geht nicht hoch. Ach, die Probellermaschine, okay, die ist geil. Alles klar, Digga, das passt perfekt! Das ist nicht dieses Wasser-Sprühflugzeug. Ah, perfekt geschafft, Digga! Ja, moin! Das Wasser-Sprühflugzeug wäre vielleicht noch besser. Das Wasser-Sprühflugzeug? Was ist denn da für den? Ja, das, was immer im Singleplayer bei diesen Weinbergen dort... ...dortfliegt. Was meinst du die Kubaner und Hunder? Die Kubaner und Hunder? Das sieht doch cool aus, wenn das Regen... Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich spiel nie Singleplayer, also jetzt dann später... Er macht das Ding hier. Okay, ja, genau. Voll mit dem Rotor empressen. Aber komm am besten von hinten, also von der Nordseite. Damit ich wirklich runterfalle. Oder genau beide. Beide nebendran. Oder... Alles klar. Ja, okay. Ich glaube, ich bin das Hubschrauber-Taxi. Genau. Ich werde... Ich werde verletzen. Oh, ich habe es genau noch gesehen. Aber du musst nicht explodieren. Ich bin nur vom Problem. Ja, ich bin auch richtig scheiße angeflogen. Warte mal. Ja. Also Taxi. Ich bin gerade hier an einer schlechten Position. Warte. Ich habe aber gar nicht richtig geiles Tag gemacht. Aber ich bin nicht weit. Also ich kann doch... Ja, okay. Dann muss ich abholen. Aber hier musst du landen. Ja, warte hier vorne auf der Felsen. Aber richtig viel Spaß. Ja, das stimmt. So. Ich bin früher eigentlich nie gerne gestorben. Also von fremden Fragen. Von Kollegen. Kein Problem. Bis jetzt macht es mir irgendwie mehr Spaß. Einfach ein bisschen ausprobieren. Es macht dir echt mehr Spaß zu sterben, Digga. Ja. Guck mal. Guck mal jetzt. Ich habe vorhin richtig geiles Tag gemacht, Digga. Ich weiß nicht, ob ich die da schaffe. Aber wenn ich gerade... Also wenn er runterfällt, Digga. Und dann... Ich... ...wurder Start, Digga. Dann zieht er sich ganz komisch hoch. Mhm. Guck mal, warte mal. Guck mal, ob ich die da kriege. Wow. Der zerrete ich ruhig. Weißt du? Ah, egal. Aber das ist nicht realistisch. Also... Eigentlich schon, eigentlich schon. Es wird eigentlich vom Flügel den Rotor zerreissen wegen der Flieger. Ja, eigentlich nicht. Weißt du, wie viel G, dass ein Pilot aushalten muss. Also ein Pilot muss bis zu 12 G, zwölffache Körpergewicht aushalten. Ja, das stimmt. Lass den Heli liegen. Boah, jetzt... Nein! Nein! Ich bin noch ein bisschen auf die Seite, aber man hat richtig gesehen, wie ich sterbe. Und ich sehe gerade dich, wie du runterfällst mit dem Falschen. Jawohl. Wahrscheinlich. Ja, aber das Flugzeug ist aber eigentlich nicht so geil, weil... Ja... Ja, aber mit dem Rotor sieht es halt einfach schweb-tropelär aus. War das nur besser mit der Büsinjet? Geht mit Büsinjet auch? Ja, mit Flügeln, ey. Kannst ja mal mit der Turbine... Spawn mal zwei Propellermaschinen und ihr kommt gleichzeitig zu mir, dass ich so richtig in die Luft geschleudert werde oder so. Also einfach gegenseitig, also von zwei Positionen her. Einfach mal so richtig schnetzeln. Ah, super. Ja, ganz toll. Richtig geschnetzeltes Spiel. Ich will so gut wie möglich zerschnetzelt werden. Ich will auch gleich werden. Immer noch einmal mit dem hier? Ja, und dann das Schnetteln, oder was? Ja, und dann das Schnetteln, oder was? Warum mache ich mich schon mal wieder heavybereit? Ja, genau. Shark Attack. Ja, aber... Ihr müsst eigentlich nur fahren. Ihr müsst nicht fliegen. Nein! Das ist zu schwer. Ach, kacke, Alter. Was hast du denn? Ja, du lebst noch. Wow. Ja, was machst du denn da für schöne Schrauben hier? Ja, super, Alter. Ganz ehrlich. Ah, nice. Sieht so geil aus. So unrealistisch. Mit der Geschwindigkeit. Ja gut, vielleicht die besten, die härtesten Piloten, die es gibt, könnten das machen. Aber... Warte mal. Ich hab da so ne geile Idee. Mach mal eine Verkehrtherum... Ein Looping, das verkehrt herum ist... Minus G-Kräfte. Also, dass du außen bist. Und nicht innen. Das geht eigentlich auch sehr gut. Das geht ja. Einfach mal einmal drehen, dass du über Kopf bist und dann eigentlich den Looping nach oben machen. Ach so. Ja, und jetzt den Looping nach oben ziehen. Ja. Jetzt hast du so starke Minus-Kräfte, dass du eigentlich nur die Hälfte, also 6 brauchst, um zu sterben. Also Minus... Das zerjagt dich, dass... Deine... Deine Zellen... Verbreiten sich... Also sie dehnen sich aus, du stirbst sofort, also... Du hättest ganz grosse Minus-G-Kräfte... Also Minus-Kräfte, da hältst du nur die Hälfte unter. Also Minus-Kräfte, da hältst du nur die Hälfte unter. Wow. Digga, das geht nicht, Alter. Immer rechts vorbei, rechts. Digga, das Ding hat aber so ne Scheiss-Lenkung. Jetzt bitte in die Fresse! Oh, voll in die Fresse. Oh Gott. In's Schild rein. Oh, ich bin da oben gesprungen. Na, schön... Schön für dich. Mega geil, ey. Aaaaaaaah, oooohh, oooohh, die hat's los. Brauche ich dir nicht holen. Ey, ist das jetzt ernst mit in den Heli rein? Der Arm-Wil, jetzt haben wir keinen Anfalt in den Arm. Ey, ist das jetzt nicht... ...der... 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 Oh, der Heli lebt doch noch. Digga, ich hab' ich Sterne, Alter, was los? Welcher... Welcher... Nein, 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 nein. Hä, bei der Heli... Hä? Der Heli lebt noch. Ja, passt doch. Also machen wir noch etwas kurzes, ein 15 Minuten jetzt. Wie kann der denn da noch stehen? Also das... Also... ...so was! Hast du noch eine Idee für das Video? Ja, wenn wir das... ...dass wir beide... ...dass Jan-Jan und ich... ...hier vorne... ...mit dem gleichen Flugzeug... ...einfach frontal... ...ineinander reinfliegen. Und das dann... Genau, ich steh eigentlich hier und ihr kommt von links und einer von rechts... ...und dann in eine Mega-Explosion. Aber so, dass ihr mich nicht trefft, dass ich es einfach zeigen kann. Ja, ja. Aber mit was? Sollen wir mit... Komm, ey, mach mal mit... ...Firma hat Geschwindigkeit. Yo, moin mit Jack. Das meins. Das meins, Digga, das meins. Warte. Und du bist da gleicher, Alter. Mach mal das Auto hier weg. Dann haben wir mehr Platz hier. Und das ist deins. Okay. Das ist ein Senkrecht-Starter. Ne, das ist... ...besser. Eigentlich soll es das schnellste Flugzeug im Spiel sein, aber... ...das nicht nur. Also mit dem, den kannst du wirklich schnell abheben. Außer du fällst zu... Ja. Und jetzt sollen wir beide ineinander krachen, oder was? Ja. Das hat sich auch schwer erlegt, Digga, mit dem Flugzeug. Papa. Du musst halt auch dort oben spawnen. Ah, moin, Digga, das ist komplett fair, Digga. Das haben wir wieder so klar, Digga, dass ich mal wieder... ...wirrig abscheiße, Alter. Ist ja knallrot jetzt. Ja. Du bist jetzt zwei. Sind alle Leute hier in der Nähe? Ja. Ah, das ist ein Crew-Dieser. Das war's komplett. Ja. Digga, ich war viel zu schnell. Alter, ich war... Du bist hier natürlich. Warte, ich geb dir eins. Geh auf der Grasenbahn. Ich geb dir noch eins. Ich konnte nie aus Crew-Roads-Analyser-Drip. Ähm. Äh, stehst du an der Radbahnbahn? Äh, ich stehe hier oben, ne? Ja. Moin, der hat mich jetzt auch schrocken. Ey, ich will die Farbvölker irgendwie so schwarz, Digga, und dann mit der Logo, richtig nice. Hast du gefilmt? Ja, toll, mir fehlten Flügel. Na, super. Beim Start direkt in den 6. Halt dich, halt dich, halt dich, halt dich in der Luft. Digga, ich fliege wieder auf dem Berg mit dem Fallschirm. Ich bin schon aus. Ich bin schon aus. Ich bin schon aus. Digga, ich hab dich gerade... Äh, 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 ne? Ja. Digga, was denn wollte? Bist du an der Radbahn? Ja, ich spring da gerade hoch. Ich wollte halt nicht abstürzen mit dem Jets. Ja, dann spon ich nur eins, warte. Deswegen bin ich da gerade rausgesprungen. Ja, so kann man's auch machen. Der Tod des Jets ist wieder vorprogrammiert. Digga, ich häng ja in so'n fucking Baum. Warte, 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 warte. Ah, warte, ich bin raus, ich bin raus. Und bin gestartet. Gestartet. Okay, jetzt... Jetzt müssen wir vor Drago einfach ineinander reinfliegen. Also einfach gerade drauf zu, Digga, und dann einfach vor Drago rein. Digga, ey, nicht in den Mond, Junge! Ja, nicht in mich rein! Aber macht einfach hinter mir, dass ihr von der Seite kommt, dass ich ein schönes Beet habe. Digga, nicht in den Berg rein, Junge, in mich! Ich muss noch einen Thumbnail machen nehmen. Das war's komplett, Digga. Hier ist ein Thumbnail, Drago, hier ist ein Thumbnail. Das aber immer doch... Nee, ist nicht gut. Aber gehen wir vor der Zone oder so, ja. Gehen wir einmal da drüben, links von mir. Geht der Schiessen auch? Ja, der drüben, links von mir ist nicht wirklich... Ja, jetzt geradeaus. Jetzt hier so'n bisschen... Ja, das ist ziemlich schön. So? Seht ihr Schiessen auch? Links, 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 links. Noch mehr, also... Ja, zurück, zurück, jetzt. Ja. Ja, noch mehr nach hinten, also weg von mir. Und jetzt einfach nach links unten. Also, hinten runter. So. Also, runter jetzt und nochmals nach hinten. Runter, nicht hoch. Ja, runter, noch mehr runter. Noch ungefähr 10 Meter. So. So. Und wir sind jetzt noch hinten. Schnell, schnell, die Sonne geht runter. Noch mehr rin. So. Rettiger, muss groß! Ja, ja, ja. So. So? Okay. Okay, ich hab's. So, dann, gutes Bild dabei sein. Ich hab einfach die ganze Decke. Aber weisst du, es ist halt einfach von mir aus nicht so gut zu sehen, wie weit du hinten bist. Das war's komplett, Digger. Sag mal, willst du die Fahrt stehen, Drago? Ja, geil, ne? Das war's mal wieder. Ja, moin. Das war's mal wieder komplett. Moderna ist besser. Ja, moin. Scheiße, Digger. Dankeschön fürs Schauen. Ja, und rein. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, lasst alles da. Ja, ja. Ja. Vielleicht bin ich auch wieder. Rose, du weisst es immer noch. Du musst es sagen. Was? Tschüss. Tschüss. Tschüss.